Eeeaaaaaaaaaaaah Eeeaaaaaaaaaaah Eaaaah Was Räule Wir sind wieder mit dem neuen Video auf unserem Kanal Jaaaa Jaaaaaaaaat Mit der 2. Nnnn Nnnnnn Nnnn Nnnn Vorstellung von der Langbeld Tour Mhm So ein Frosch habflos So ein Frosch habflos So ein Frosch Ey Von dem Soll ich até so raus riechen Ich muss ja kommen Hahahaha 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 Ah, ein, 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 ein... OK, Alex efforts... was ist denn die... so los! it s ist not los! nicht vergessen oder sowas auch immer! yeah, 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 yeah... wird man was vom Anfang? Schulz! Schulz! Okay, auf geht's! Wie ihr seht unsere Wand da? Ich hole gleich Alex ein! Und, ja! Oh, ja! Alex, sag mal, was sind deine Lieblings-Youtuber? Ähm, ne. Unser Kanal. Nein. 3Ks, Lachis. Ja, vielleicht, ja, sowieso. Also, sag mal, ich erfahre deine Lieblings-Youtuber. Warte, ich hab noch so ein Mal, ich weiß nicht, wie sie das. Also, es war eigentlich so wie Alex, also die Nochis und die Nochis und die Nochis. so bundes 서 op poo 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 ret eins und alle jah der schlicht ist geil das spiel verkehrt jetzt so vielleicht egal es ce Wenn er in diese Schule geht, dann müsste er es ja schon nicht tun können. Opsi, wie ist das? Opa? Hallo. Und ja, ich glaube, das war schon mit dem Video. Also Daumen hoch lassen. Apo retter lassen und dann... Ciao!